So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir sind weiter auf dem Weg zu Level 50, haben Level 41 erreicht, wir gehen das gemütlich an. Mein Problem ist, dass ich immer alles filmen will, anstatt einfach zu machen, dann immer warten muss, dann immer das raushaut, dann das, deswegen produziere ich jetzt einfach schon ein paar Sachen vor. Denn ich kann jetzt schon 41 machen, äh 42 machen, wollte aber eigentlich heute was anderes machen. Außerdem haben wir hier noch die Sachen zur Feier vom Kalos Event, das können wir auch abholen erstmal, da weiß ich auch nicht wie viele Kapitel da dabei sind. Nehmen wir also mit, ihr seid bestimmt schon durch mit der Kalos Feier. Fange 15 Pokémon, fange ein Pfingst, lande 7 gute Würfe, das wird spätestens bei Level 43 dann glaube ich fertig gemacht werden. Wir gehen jetzt fix hier hoch, da war wieder die ölige Tür, wie ihr hört. Und was müssen wir jetzt noch machen für Level 42? Entwickel Eboli zu jeder seiner einzigartigen Entwicklungen. Wir haben das Psyana als erstes gemacht, dann in einem Stream haben wir mit einem Gletschermodul das Glaciola gemacht und das, äh, nach, das Vollipurba, danach mit einem Moos-Modul. Also, als die Module weg waren, haben wir, weil es abends war, das nach Tara gemacht. Es fehlt also noch Aquana, Blitzer und Flamara. Dazu brauchen wir einfach ganz normale Evolis. Geben wir hier auch mal ein Evoli, nehmen einfach die zuletzt. Na, wir gucken mal, was sind denn die Höchsten. Wir gucken, was die Höchsten sind und nehmen einfach die, die Kleinsten, entwickeln die durch. Wir müssen das jetzt so lange machen, bis wir die drei Formen noch haben. Wer immer noch nicht weiß, also das ist ja eigentlich Aquana, Blitzer, Flamara, sind natürlich random, ihr entwickelt und mit etwas Glück habt ihr die dann. Kann sein, dass ihr zehn entwickeln müsst, bis ihr alle drei habt. Das erste ist jetzt Flamara geworden. Wenn ich Glück habe, ist das zweite dann Aquana und dann kommt Blitzer. Wenn ich Pech habe, muss ich zehn Stück entwickeln. Wir sehen es ja jetzt schon. Das ist wieder ein Flamara, das weiß ich jetzt schon, weil unten die Aufgabe nicht dazu gezählt hat. Das ist also Pech. Ihr wisst aber trotzdem, dass ihr Glaciola, also am Gletschermodul entwickeln könnt, dass ihr Follipurba am Moosmodul entwickeln könnt. Dann habt ihr die zwei auch weg. Ich hoffe, ich habe überhaupt genügend Evolis am Start. Wir nehmen das nächste. Das hat auch wieder nicht gezählt, das heißt, das ist auch wieder ein Flamara. Das kann doch nicht sein. Und für Psyiano nach Tara wisst ihr ja, ihr müsst einen Evoli als Buddy nehmen, müsst mindestens zehn Kilometer mit dem als Buddy laufen, sodass das zwei Bonbons gefunden habt. Guckt extra im Tagebuch nach, ob das wirklich zwei Bonbons gefunden hat. Und dann, wenn es zwei gefunden hat, zeigt euch eigentlich schon der Schatten oder die Silhouette an beim Entwicklungsbutton, während das immer noch euer Buddy ist, dass das dann das oder das wird. Wenn das nicht dasteht, dann ist irgendwas falsch. Dann lauft lieber nochmal oder guckt nochmal, ob ihr die Bonbons bekommen habt. Das wird wieder Flamara. Was ist los mit ihm einfach nur? Ich habe gleich keine Evolis mehr, glaube ich. Obwohl momentan während dem Carlos-Event vermehrt welche rumsitzen. Extra sicherlich auch für die Aufgabe, aber irgendwann geht es auch in die Bonbons. Also, tausend Flamara hintereinander. Dann wisst ihr ja, Psyiano tagsüber nach Tara abends als Buddy entwickeln. Es wird wieder Flamara. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich, da wir einfach nur Flamara entwickeln. Wir brauchen doch aber noch Blitzer und Aquana. Ich verstehe es nicht. Man könnte denken, ja, das ist ein Trick, gib doch den Namen ein. Aber die Namen funktionieren nur einmal. Und ich sehe wirklich, dass ich nicht mehr so viele habe. Das muss ich so lassen, wie es ist, leider. Wir gehen auf die nächsten und hoffen, dass wir jetzt haben was anderes. Jetzt ist es vielleicht ein Aquana oder ein Blitzer. Jetzt wird es spannend und noch schwieriger, das genau dritte, letzte noch zu kriegen. Ich tippe auf Blitzer. Es ist Aquana. Dann fehlt noch Blitzer. Mein Augen Flamara sowieso das Sinnloseste. Aquana war das Stärkste, mit dem haben wir damals alles gemacht, weil das so schnell angegriffen hat. Wir brauchen jetzt trotzdem aber noch ein Blitzer und hoffen, dass das hier noch rauskommt. Nein, es ist schon ein vorhandenes. Ich hoffe, ein Aquana wenigstens und nicht noch ein Flamara, weil... Was will man mit 100.000 Flamaras? Aquana. Na schön, da wissen wir ja jetzt, dass jetzt noch zwei Aquana kommen und dann geht es erst mit Blitzer weiter. Ich hätte mir trotzdem mehr Evolies sammeln sollen. Und es ist fertig. Wunderbar, da ist das Blitzer. Also da kommt das Blitzer. Ihr seht, das sieht man eben schon vorher, was noch schwierig ist. Wir müssen gleich noch Pokémon mit Items entwickeln. Da zählen natürlich auch die Sinosteine. Da zählen auch die Einhaltssteine. Da zählen die anderen Entwicklungsitems. Da ich aber immer alles wegschmeiße, weiß ich gar nicht, ob ich noch genügend auf der Hand habe. Damit ich die machen kann. Ich hoffe es mal, sonst ist die Sendung eh für den Arsch. Wir brauchen auch noch zwei Pokémon, die mit Bären gefangen werden. Und dann nehme ich mal hier aus meinem Stabel raus. Ich muss ja hier auch wieder heute, auch das ist wunderbar, ich muss nicht mal oben den Stabel anbrechen. Ich kann meinen Stempel abholen, kann hier zwei Pokémon nehmen, kann zwei Bären nehmen. Je nachdem, was wir für Bären haben. Wir sammeln natürlich hier wieder. Ihr wisst, die können nicht fliehen aus eurer Aufgabe. Ihr könnt also den Schnellfang-Trick machen und rausgehen. Ihr geht auf die nächste Belohnung, macht auch wieder den Schnellfang-Trick beim Seemobs. Und dann ist das auch wieder drin. Da bräuchte man eigentlich keine Bonbons, aber wir nehmen trotzdem mal die gelbe Bäre. Wurde es schlauer wäre, die gelben Bären nur auf die Gen 6 Pokémon zu werfen. Hier also wieder raus, zählt auch dazu. Wieder ein Bonbon dabei. Das gleich sieben gute Würfe, das, das und das. Müsste jetzt auf jeden Fall alles fertig sein. Oder? Es ist fertig und wir haben nur noch 15 Items, um Pokémon zu entwickeln. Da gebt ihr natürlich den Begriff Item ein. Nicht Item, Item. Und dann seht ihr alle Pokémon, die ihr eben mit Entwicklungs-Items entwickeln könnt. Da ich hier die Shinies habe und die möchte ich aufheben, weil eins davon ist eben männlich, eins ist weiblich. Und die haben einen Unterschied an der Blüte oben, wie ihr seht. Das hat große und das hat kleine Knollen. Nehmen wir einfach hier... Das müsste ein Hunderter sein, das will ich auch so behalten. Wir nehmen einfach so ein Krypto, das können wir danach eh wegschmeißen. Boah, aber 100 Bonbons. 100 Bonbons jetzt extra für die Aufgabe. Ja gut. Man nehmt nur einmal. Wir nehmen mal so einen Sonnenstein. Verwenden ein Item, hauen das raus. Bei den Kryptos versuche ich immer das mit den höchsten WP zu behalten. Obwohl es sein kann, dass das mit weniger WP mehr IV hat. Aber ich will es nicht so kompliziert machen bei den Kryptos. Ich will einfach nur einen Living-Krypto-Decks. Deswegen lasse ich da ein paar auf der Hand. Behalte die höchsten. Ich gucke da nicht auf die IV. Jetzt was haben wir hier. Da haben wir im Prinzip dasselbe. Hier haben wir auch wieder verschiedene Shinies. Hier haben wir normales Fleckmon. Hier haben wir Krypto-Fleckmon. Ich glaube Fleckmon ist auf jeden Fall cool. Denn hier können wir auch wieder Krypto entwickeln. Da brauchen wir es sowieso. Wir brauchen das Normale eigentlich. Das Lamus. Das habe ich nämlich noch nicht. Das Krypto-Lamus habe ich noch nicht. Und das Krypto-Lasho-King habe ich auch noch nicht. Wir machen uns jetzt erstmal ein paar Lasho-King. Bis nur noch eins übrig ist an Fleckmon, was wir entwickeln können. Da haben wir genügend Bonbons. Die brauchen auch nur 50. Das sieht gut aus. Dann können wir das hier auch noch nehmen. Ich hoffe wir haben genügend Kingsteine. Drei von 15. Warum habe ich da nicht vorgearbeitet? Ich hätte ruhig vorarbeiten können, dass wir nur noch 5 entwickeln brauchen oder so. Dann wäre das auf jeden Fall schneller gegangen. Was Level 43 dann für Aufgaben sind, weiß ich auch noch nicht. Das stand überall. Ich habe mich damit nicht groß beschäftigt. Ich wollte mich immer überraschen lassen, wenn es soweit ist, dass man dann direkt durchentwickelt. So, eins lassen wir noch hier. Also eins müssen wir dann noch zum Krypto-Lamus entwickeln und ein Krypto-Fleckmon so lassen, damit wir die Familie voll haben. Das heißt, weil noch zwei Krypto-Fleckmon jetzt übrig sind, müssen wir uns wieder ein anderes Pokémon suchen. So, dass wir auch nicht immerzu nur dasselbe machen. Wir haben hier Onyx. Onyx haben wir ganz viele. Wir haben einen Hunderter. Noch einen Hunderter. Ich weiß gar nicht, ob wir... Wir können einfach einen Hunderter entwickeln jetzt. Das ist weiblich, das ist männlich. Wir nehmen einfach mal das Männliche, entwickeln das. Ein Hunderter noch entwickelt. Nicht Shiny, aber 100%. Da haben wir einen Hunderter Onyx auf der Hand und einen Hunderter Stahlos auf der Hand. Ich habe damals, glaube ich, einen 98er Stahlos gemaxed. Weil ich dachte, das ist voll cool. Bis ich nach dem Maxen gemerkt habe, das kriegt gerade mal 2.200 oder so. Na gut, 2.400 vielleicht. 2.400 WP. Und ist richtig schlecht. Und damit macht man gar nichts. Wir haben so viele Shinies davon noch hier. Wir könnten das... Was nehmen wir denn? Wir nehmen das Zweithöchste. Können wir mal noch als Shiny machen und als Shiny entwickeln. Was ich eigentlich nicht brauche. Da ist ein Punkt dran. Punkt heißt, die könnte ich auch abgeben. Also wer ein Shiny Stahlos braucht... Ihr wisst, wo ihr euch melden müsst. Ja, das ist ja wieder teuer, wenn ihr das nicht habt. Da muss ich wieder auf meinen Sternenstaub gucken, ja. 1614. Okay, können wir mal mitnehmen. Was haben wir denn aber noch? Schlurp haben wir hier. Wir haben Tangela. Tangela haben wir auch etliche Grüne. Ich würde das Größte erstmal so lassen. Und hier noch eins entwickeln, dass ich wenigstens 2 von den Tangolos habe. Da sind wir bei 7 von 15. Also Tangolos habe ich auch als Shiny entwickelt, aber 2 Stück schaden ja nicht. Was wollt ihr mit 14.000 Tangela außer... Ihr wollt die tauschen, weil jemand das Tangela nicht hat. Und dann könnt ihr denen gar keinen Tangela geben, weil ihr alle zu Tangolos entwickelt habt. Dieses grüne schleimige Nudelmonster nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Mal kurz schauen, wie hoch das kommt. Ja, 1479. Irgendwie hat man jetzt immer die Macke, dass man nachgucken will, wie hoch die kommen. Aber braucht das ja eigentlich. Hier haben wir noch ein... Sichlor-Shiny könnten wir auch noch machen. Wir können ja einfach mal das niedrigste Sichlor-Shiny nehmen und auch entwickeln. Und gucken, wird ja ein grünes Scherox statt ein rotes. Weil die... Dann spielt das in der 1500er Liga vielleicht eine Rolle, obwohl ich mit Scherox oder Sichlor noch nie was gemacht habe. Und es kommt auf... 555, okay. Wie nah kommt das an die 1.5 ran? Ja, 1462. Gut, das ist Schrott. Hier haben wir... Elektek. Wir haben da das höchste, größte. Hier haben wir hier noch, hier haben wir da noch. Sollte man da entwickeln oder nicht? Sieht ihr ja, Tacke, ist bei dem eh egal. Wir lassen die Elektek erst mal aus und gucken mal kurz, was da drunter noch kommt. Habe ich Krypto-Elektek überhaupt schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Gut, brauche ich nicht. Magma. Da könnte ich noch ein kleines entwickeln, oder? Wir nehmen mal das geringste hier. Das ist auch wieder komplett sinnlos eigentlich. Merkt euch mal, 371 durch den Multiplikator. Vielleicht hat das dann auch nur 500. Ich weiß es nicht. Schon wieder sinnlos einen Sinustein rausgeballert. Eigentlich nimmt man die normalen Entwicklungsitems und nicht die Sinusteine. Egal, jetzt haben wir so ein rotes, was wir theoretisch auch tauschen können. Aber was will man damit? Wer will 490 sogar nur? Das erreicht nicht mal die 500. Porygon. Haben wir auch noch ein paar Kollegen am Start. Also so ein Porygon. Könnte man aber wenigstens auf die zweite Stufe machen. Wir nehmen mal das kleine hier. Geben 25 Bonbons aus. Nehmen mal hier. Ein Upgrade. Upgrade müsste auf jeden Fall reichen. Upgrade drauf. Ja. 5 vor 2. Mein Wecker klingelt nachher. Ich muss heute auch noch ein Raid machen. Wo bringe ich das alles unter? Pupsi ist da. Es gibt gleich schon wieder Raclette. Pupsi immer Raclette am Essen. Also keine Ahnung, was da los ist. Tocke-Tick, Tocke-Tick, Griffel, Griffel, Ambi-Diffel. Aber es ist auch schon wieder Sinustein und auch wieder 100 Bonbons. Das wollen wir nicht. Dann nehmen wir uns lieber hier einen Sonnenkern raus und entwickeln noch einen Sonnenflora. Das dürfte auf jeden Fall besser sein für die Aufgabe. Oder ist es sinnlos, wenn man einfach nur wild 100 Bonbons ausgibt und Sinusteine nur für die Aufgabe? Oder sollte man, wenn, dann schon was Sinnvolles entwickeln? Was ist aber was Sinnvolles? Bei den meisten habe ich einen 100er und das höchste Shiny entwickelt. Eigentlich kann ich nur noch sinnlose Sachen bzw. Trash-Pokémon entwickeln. Hier habt ihr auch wieder Zino. Hier habt ihr auch wieder Zino. Hier habt ihr auch wieder Zino. Skorkler, Zino, Sneebel, Zino, Kaivel, müssen wir so lassen. Roselia, Zino. Haben wir einen 100er? Wir haben einen Lucky. Da würde ich aber trotzdem das aufheben. Was haben wir denn hier? Achso, jetzt kommen die Einhaltssteine. Genau, Einhal, Einhal. Picochilla. Picochilla ist doch auch Dreck. Lataneco ist, glaube ich, auch ein 100er. Müsste ich so lassen für den Decks. Ihr habt aber Picochilla. Das ist für den Minicup. Wir nehmen da auch mal das kleinste. Boah, der gute Einhaltsstein. Wir brauchen immer noch drei. Es ist wirklich... Ich würde Sonnenkernen, würde ich gerne noch 20 Stück entwickeln. Brauche ich nicht. Aber ich habe ja keins mehr zum entwickeln. Das ist das Problem. Ansonsten müsste ich Sichler noch ein paar entwickeln. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Picochilla kostet halt auch. Die Bonbons sind nicht das Problem. Aber die schönen Einhaltssteine, die will man noch nicht rausgeben. Hier habt ihr ja auch die Einhaltssteine. Hier habt ihr Lilminip. Wieso habe ich da nur ein... Sind auch die Bonbons zu niedrig? Hier könnte man uns noch was draus machen. Aber das ist auch beides so teuer. Da haben wir 100er Shiny-Dings. Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Porygon wäre eine Option. Ja. Dass man Porygon dann noch was macht. Ich glaube wirklich, wir nehmen Porygon. Weil das braucht wenigstens keinen Sinustein. Ein Shiny, zwei Shiny. Das höchste Shiny soll lassen. Das kleine Shiny vielleicht noch entwickeln. Eigentlich möchte ich die gern so aufheben. Weil das ja auch zum Traden ist. Falls einer eins braucht. Griffel braucht wieder. Wir werden also einfach noch ein paar Porygon entwickeln. Ansonsten macht man ja eh nichts damit. 13, 14. Für den 15. würde ich trotzdem noch mal oben was suchen. Zur Not ist es halt dann noch ein... Ja, ich weiß nicht, was oben noch kommt. Ramses, hättest du dir vorher mal markiert, was du entwickeln willst, ja? Uns nicht so zu machen, wie es jetzt ist. Trotzdem, von den Upgrades habe ich bestimmt 30 Stück im Beutel rumfliegen. Ich sortiere die jedes Mal aus auf 10 Runde, aber irgendwie habe ich am nächsten Tag wieder 30 Stück gefühlt. Also die wären einfach nicht weniger. Die gehen nicht weg. Die bleiben einfach immer da. Jetzt noch ein Porygon, dann hätte man es geschafft. Aber wir wollen ja nicht alles mit Porygon machen. Wir nehmen also ein... Ja, das Magma geht wieder nicht. Das Electec geht auch nicht. Wird es ein Sichlor sein? Sichlor 1, 5 würde ich so lassen. Noch ein Shiny, wer quatscht. Da ist noch ein normales. Okay. Also bis jetzt würde ich auf Sichlor tippen oder wir machen noch ein Shiny Onyx. Shiny Onyx würde auch gehen. Wir machen einfach noch ein Shiny Onyx. Ich weiß nicht, wie viel ich vorhin hatte. Ich habe das zweithöchste, glaube ich, entwickelt. Wir nehmen einfach jetzt hier das kleinste Shiny Onyx und machen noch ein Shiny Stahlost raus. Was habt ihr entwickelt? Habt ihr euch gänzlich nur auf die Entwicklungsitems, die normalen verlassen, die Entwicklungssteine? Oder habt ihr auch Einarl und Sino mitbenutzt? Oder habt ihr generell nur Einarl und Sino? Was habt ihr entwickelt? Was habt ihr gemacht? Wie sieht es bei euch aus? Schreibt das mal in die Kommentare. Ihr seht, für mich war das schon ein Krampf. Aber ich hatte eigentlich genügend Auswahlmöglichkeiten. Jetzt sind wir hier im Level 42. 20 Belohnungen, auch nochmal 20 Bälle, 20 Tränke, 20 Beleber, 20 Bären, eine Maschine, ein Raidpass und ein XL-Sonderbonbon. Das ist auf jeden Fall cool. Hier gibt es aber nichts zum Anziehen. Wir gucken ganz kurz auf die Aufgaben, wie es weitergehen würde. Die Erfahrungspunkte haben wir auf jeden Fall schon erreicht. Fange 5 legendäre Pokémon, setze 200 sehr effektive Ladeattacken ein. Das ist so nervig. Am besten einfach Arenangreifen den ganzen Tag. Verdiene, was 100.000 ist das? 100.000 Sternenstaub, okay. Sternenstück an, losgehen und ab. Gehe die Post. Belohnungen gibt es auch eine Pose noch dazu. Ja, wie kommt ihr voran? Lasst ihr es ruhig angehen. Ich bin nur wegen der Raidmania, ansonsten wäre ich jetzt ja noch nicht mal Level 41 geworden. Die Raidmania und eure Einladungen haben es ermöglicht, überhaupt die 30 Raids zu machen. Ansonsten hätte ich wirklich nur den täglichen Raidpass genutzt, um Raids zu machen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.